Es ist soweit. Tausende Polizisten rücken in Hongkongs Finanzviertel ein, um das größte und letzte Protestlager zu räumen. Das Ultimatum an die Studenten ist abgelaufen. Die Polizei ist da, um bei der Umsetzung des Gerichtsbeschlusses zu helfen. Bitte gehorchen Sie der Anordnung des Gerichts und gehen Sie unverzüglich. Einige folgen der Aufforderung, die meisten Studenten aber wollen ausharren bis zum Schluss. Sitzend blockieren sie die Straße, sehen zu, wie Arbeiter Sperre für Sperre wegtragen. 75 Tage haben sie hier kampiert für demokratische, freie Gouverneurswahlen. Dafür wollen sie auch in Zukunft streiten, auch wenn es nicht so aussieht, als würden die Hongkonger Führung und Chinas Zentralregierung einlenken. Die Bewegung ist noch nicht zu Ende. Es ist erst der Anfang einer neuen Phase des Protests. Unser Ziel ist nicht verhaftet zu werden, aber wir wollen zeigen, dass die ganze Bewegung zivilen Ungehorsam leistet. Wir bleiben bis zum letzten Moment. Wir werden nicht mit der Regierung zusammenarbeiten. Viele Aktivisten werden festgenommen. Es ist erst der Anfang, steht auf ihren Bannern. Die Polizei reißt sie ein. Bis zum Ende des Tages soll alles verschwunden sein. Die Studenten und die Spuren ihres Widerstands.